Musik Wenn du dich einfach hier so gegenlegst und du lehnst dich so ein bisschen an. Wenn du dich einfach hier so ein bisschen an. Wenn du dich einfach so ein bisschen an. Wenn du dich einfach so ein bisschen an. Das ist sehr schön. Und ihr könnt euch auch gegenseitig anschauen. Und ein Kuss. Sehr schön. Und vielleicht eins, ich sehe da noch so eine Tollbrille. Ich habe auch noch eine dabei, dann hätte ich nur so ein... Ich habe auch eine dabei. Hast du auch eine? Aber du kannst mit der Spielzeuge oder nicht? Ich habe so eine, die du hast. Aber du kannst auch deine nehmen. Das ist vielleicht der Zimmer, glaube ich, schöner. Oder ich komme noch einmal hin. Ich komme noch einmal von jedem ein einziger Tollbrille. Genau, einfach so. Und damit kannst du auch so die... Die Hüfte, ja, genau. Und ich habe auch noch einmal einfach so die Straße runter. Und auch noch einmal von hier. Und auch noch einmal hier. Und schaut euch beide noch einmal an. Und noch einmal zu mir. Und noch einmal mit Sonnenstuhl. Das ist ja auch schon finito. Finito. Vielleicht auch noch einmal einfach hier auf der Straßenbau. Zusammen, oder? Ja. Ich komme zusammen. Hier mal ein Zinzenstuhl. Genau. Und hier wird noch jemand zusammen. Und dann können wir die Hände zusammen. Und dann können wir die Hände zusammen. Und dann kann noch einmal den Dreh auf. Ja. Ja, das ist schon gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.